Und damit hallo und ein herzliches Willkommen zurück... ja genau ihr seht es schon... ...Fallout 4 ist das der richtige Spielstand? So ich muss mal gucken was wir kurz machen. Habs jetzt lange Zeit nicht gespielen können, weil PC muss den echt neu machen und das... Ok weiter... Töte... Ich würde nicht trösten... ok... Brüchte den Sinebeil Oberlin? Natürlich... So... ähm... Oh hier riecht's lecker... 15 Minuten Folge damit ihr erst mal morgen überhaupt eine Fallout Folge bekommt... Ich muss mich hier mal ein bisschen eingewinnen wieder... Hab auch ein neues Mikrofon... Äh... Es gibt kein neues Mikrofon sondern eigentlich... Neues Headset... Ich weiß noch nicht ganz ob es so gut ist... Mir gefällt es eigentlich sehr aber... Es ist gewöhnungsbedürftig... Sagen wir es mal so... So wir laufen hier gerade... Wir müssen also... Reine Probleme bei der Ober... Oberlin Station... Berichte die Sine bei Oberlin Station von deinem Erfolg... Natürlich werden wir das sofort machen... Ja anscheinend ist es hier sicher... Wir laufen mal... Äh... Ich muss hier nochmal was zurecht drücken... Es ist noch ein bisschen... Fumme Arbeit bei mir gerade... Aber... Das war so ein... Timer habe ich auf 15 Minuten gestellt... Dann... Wird auch schon wieder ein folgend Ende kommen... Ah... Äh... Folge mir! Oh oh... Ah... Beißverschläger... Die ist leer geschossen... Okay... Messerhammer... Uh... Ach ein Scha... Okay... Gut zu wissen... So... Hammer denn hier irgendwas... Wir sind ein bisschen vorsichtiger... Weil... Ihr wisst ja... Ich gehe dieses Spiel als Survival Game an... Und ein Survival Game... Bedeutet für mich... Ich habe so gewisse Sorgen... Dass das was schlechtes bedeutet... Dass er die Textion so... Erst spät nachlädt... Aber... Muss ich jetzt durch... Aber ich bin noch mal gleich da... Bis gleich... So... Da bin ich wieder zurück... Ich musste noch was überprüfen... Bin doch auch sehr aufs Screenshot gekommen... Ich glaube es ist soweit sicher... War auch nichts besonderes jetzt da... Also wir gehen zurück zu dem... Wieso kann ich nicht mal... Natürlich... Weil... Ich bin ja auch doof... Achso... So... Manchmal rucket er bei Fallow... Ich weiß nicht warum... Oh... Zeig den Kronkorn... Pflanzen müssen wir mitnehmen... Für die Nahrungs... Wir nehmen alles mit... Was wir hier... Alter... Fressen... Ich bin ein Wesen... Gott was... Oh... Kann man die... Lass mich raten... Wir wiegen zu viel, ne? Inventar... Oh genau... Ja komm... Ja komm... Ja... 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 Eine Laborstadt... Wir nehmen mal den leuchtenden Pilz mit... Oh... Oh... Ich glaube wir können... Unsere... Haben wir hier noch was können... Gott was... Gott was... Du sagst jetzt... Wir sind so viel... Äh... Gott was... Hey... Ja... Du sollst ja nur Sachen für mich tragen... Und zwar... Das Essen bitte nicht... Eine Brille... Nein... Das... Danke... Das war's auch schon wieder... Wie... Sieht nicht nach einem gesunden Mais aus... Aber wir nehmen den trotzdem mit... Ich muss noch mal was kurz gucken... Entschuldigung Leute... Jo... Ich wollte nur sichern gehen... Dass ich auch wirklich aufnehme... Weil manchmal... Tue ich das nämlich... Nicht... Und irgendwie nehme ich auch manchmal... Meine Stimme nicht auf... Oh... Der rennt da zu spät nach... Das gefällt mir nicht... Ich glaube meine Grafikkarte hat echt was... Weck... Geholt den Tag... Also... Hm... Und ich habe... Momentan kein Geld... Um mir eine neue zu kaufen... Das ist also denn... Echt... Schiete... Mit dem Aufnehmen... Aber... Okay... Ich meine... Okay... Das ist auch ein... Grafisch... Aufwändiges Spiel... Wie... Ich will jetzt hier nicht dauernd unterbrechen... Aber... Wir haben noch 8 Minuten... Ich hoffe... Den Teil mal... Also... Nah wie der... Mikrofon liegt... Hört man den bestimmt... Deswegen... Ich gehe mal ein bisschen nach... Ne... Dann höre ich ihn nicht mehr... Ach... Okay... Wenn ich ihn höre... Dann tut es mir leid... So... Halli... Hallo liebe Leute... Halt die Klappe... Cotron! Hör... Hört nicht auf mich... Können wir mal reden? Hallo... Hörst du dich schon um diese Raider... Deswegen will ich ja mit dir reden... Ich habe diese Raider für euch erledigt... Wirklich? Nun... Das sind die besten Neuigkeiten... Die ich seit langem gehört habe... Ach... Übrigens... Wir haben noch mal geredet... Und wir haben beschlossen... Die Minutemen zu unterstützen... Juppi... Ich denke das Ganze hat noch eine Chance verdient... Nur wenn wir zusammenhalten... Wird es irgendwann besser werden... Richtig... So ähm... Einem Mittag... Übrigens... Ihr werdet euch wundern... Warum ich hier bin... Ja... Die Folgen... Sind mir abhanden gekommen... Auch... Ja... Oh... Mein PC... Musste ich neu machen... So... Sprich mit... Fest... Ein Kabel... Okay... Das mit dabei... Wir gehen jetzt einmal zu unserer Sicherung zurück... So... Machen wir mal Schnee... War das Schneespeicher? War das? Nein... Ähm... Okay... F9 ist irgendwas... Aber ich weiß nicht was... Ich trinke kurz einen Schluck Kaffee... Gott was... Tut mir leid... Gut... Hat er automatisch gespeichert... Ach Gott... Ich... Okay... Ich trinke hier keine Tasten mehr... Nein... 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 Ich habe übrigens... Auf YouTube mal einen Uploadplan erstellt... Weil... Da habe ich festgelegt... Dass ich montags immer... Weil ich mache immer pro Tag nur ein Video... Ich habe mehrere Projekte... Montags... Skyrim... Dienstag... Yu-Gi-Oh... Mittwochs... Ist... Outlast 2... Immer dran... Donnerstags... Ist... South Park... Freitags... Verlaut 4... Also... Deswegen nehme ich heute Abend hier eine Folge schnell auf... Damit ihr überhaupt eine habt... Ja... Ich weiß... Dann gehen wir jetzt nicht nach... Hm... Aua... Okay... Der Köter geht jetzt auf Kot... Ja... Also Kot... Du hast... Das dauert echt lange... Bis du den hast... Hat der Koko irgendwo dabei? Ah... Nee... Fleisch vom Mischlingswolf... Ah... Ja... Ignoriert... Markus... So... Ah... Wenig durchs Wasser gehen... Deswegen gehen wir auf dem Bahnsteig... Ich weiß nicht ob Kotbos damit klarkommt... Anscheinend nicht... Ist mir aber okay... Äh... Was ist das jetzt? Achso... Uh... Ich sollte nicht herum experimentieren... Habe ich so das Gefühl... 4 Minuten... Ich will das noch gerne machen... Leute... So... Da... Oh oh... Ich würde mir gerne diese Hütte angucken... Die sieht aber bewohnt aus... Deswegen werden wir ein bisschen vorsichtig... Oh... Stalker muss ich auch weiterspielen... Vielleicht mache ich das... Also... Freitags... Fallout 4... Samstags... Fahrquall... Können wir es halten... Warte... Klappe... Ah... Hier sind so viele Sachen... Ich möchte die alle haben... Nein... Das war... Verbindungsstange brauchen wir glaube ich nicht... Oder? Schrott... Wir nehmen erstmal nur das... Vergo... Entschuldigung... Eine Sicherung... Nehmen wir auf... Flaschen... Ah... Froschschlussmittel ist wichtig... Das ist ein bisschen viel... Zum Trafen... Ach... Ach... Kann man das... Tut mir leid... Hey... Ja komm... Du kriegst von mir noch ein bisschen mehr... Ähm... Was gehen wir denn... Gott... Ich meine... Das können wir immer von ihm wieder... Zurückholen... Also... Also... Die... Die... Die Flaschen... Der Rest ist wichtig... Ne... Rechtmäßige Herrschaft... Ähm... Behalten wir mal... Das kann er nennen... Die Schlammbohnen... Schrotbratons... Sicherungen... Kriegt er mal... So wie die Skalpelle... Splittermin... Ein Springmesser kann er haben... Stimpfax behalte ich... Schaummask... Super... Tat... Tattoo... Das scheinen Tomaten zu sein... Behalten wir mal... Techniker... Persönlichen Eintrag... Behalten wir... Teddybär geben wir ab... Tappetien geben wir ab... Teslasforschung... Lass mal drin... Trinkgras... Kann er auch tragen... Wackenrohre auch... Vergeute Storben... Behalten wir... Winterjack und Jeans... Ja das würde ich gerne behalten... Die Waffen würde ich gerne behalten... Aber... Ok da ich die ja eh nicht benutze... Codwurst kann... Codwurst ist ein Opfer... Also ernsthaft... Codwurst... Guck... Haben wir da noch was gegen... Genau... Kronfeuerzeug... Kronfeuerzeug... Ja tut mir leid Leute... Dann wird diese Folge... Eventuell sogar ein bisschen länger als... So ne viertel... Ja... Stunde... So da scheint keiner drin zu sehen... Sonst... Oh oh... Ok macht euch... Godwurst macht dich bereit... Oh Gott... Ah... Popchips habe ich wegge... Hallo ist jemand da... Codwurst... Lasst das... Ok wir überfliegen hier noch kurz... Ehm... Kram... Neh mal mit... Dener... Dener Teller... Was soll ich denn mit... Neh... Dener Teller... Kunde... Ah... Codwurst... Geh mir mal aus dem Weg alter... Wie ne... Zeitung nehme mal mit... Zeitung nehme mal immer... Mit... Kaputte Lampe kann er... Ah... Kann er behalten... Was soll ich mit der kaputten Lampe? Cut! Cut! Was? Du gehst mir sowas auf die Nerven? Ähm, wir haben übrigens... Was ich nicht gerne sehe ist... Gameplay... Nein... Gameplay... Überzeugung... Schwierigkeit... Oh! Zeit ist abgelaufen! Ich müsste jetzt eigentlich aufhören... Nein, das... Wo kann man das... Hilfe... Kann man das unter Hilfe? Nein, ich weiß wo... Unter Anzeige... Ah, komm... Der Wos und Kack Faden kreuzt, Alter... Ernsthaft, wir sind... Ich glaub nicht, dass ich das Schloss knallen kann... Okay, ein Cat Wars versperrt uns wahrscheinlich den Weg nach... Nein, er versperrt uns den Weg nach... Ein Cat Wars, du gehst mir... Du wirst auf die Nüsse... So, wir gehen hier ganz... Okay, ist jemand zu Hause? Was ist hier? Come on, Wraith! Geh da mit... Das... Nehmen wir mal mit... Okay, wo kommen wir da hin? Come on, Wraith! Nicht in unsere Siedlung... Mitten... Okay... Scheint auch keiner zu Hause zu sein... Oh! Oh! Komm, äh... Cut Wars! Ah! Komm! T-T-T-T... Ah! Ah! Ah, Cut Wars, du perversling! Musste man sich mal erleichtern und der Type... Ja! Ich hab mir nicht viel getan... Gut... Okay, wir müssen hier lang... Okay, wir gehen einfach... Komm! Ehh! In dieser Folge natürlich nicht viel gemacht... Tut mir leid... In der 15 Minuten Folge kann man nie viel mehr was machen... Alter, ich will noch zurück nach... Nach meine Siedlung... Okay, Cut Wars, du weißt ja immer nach... Rechts, links gucken, bevor man an die Straße überquert, weil es könnte ein Auto haben... Was eigentlich hier... Utopisch unmöglich ist... Ich bin mir nämlich gar nicht so sehr sicher, ob... ...die Autos... Okay, was steht denn da oben? Ähm... Mit... ...G... ...Widen West... Ah, der lädt echt... ...spät die Textur nach, das ist nicht gut... Kann man die Vögel... Jo! Kann man die... Ach ja, die kann man ja nicht blindern... Stimmt ja... War ja war... Total sinnlos getötet grad... Tut mir leid! Nicht wirklich, aber irgendwie tut es mir schon leid... Ah! Cut Wars, geh mir nicht auf die Nerven... Ah! Cut Wars! So, eventuell nehme ich auch jetzt schnell noch eine Fahrqualfolge auf... ...aber nicht mehr heute glaube ich, weil das schaffe ich nicht mehr... ...zeitlich nicht mehr... Okay, wenn ich jetzt Schluss mache, schaffe ich das sogar... ...und das werde ich auch glaube ich machen... ...also sage ich einmal... ...ja, bis... ...das nächste Mal... ... ich speichere mal... ...ja, komm, mein Spielstand... ...und sage... ...Tschüss... ...und... ...man sieht sich!